Musik Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zur Eröffnung des 35. Internationalen Dokumentarfilmfestivals München. Ich heiße Sie herzlich willkommen zu DOCFEST at Home. Die Kinos haben zu. Das ist die erste große Herausforderung, dass Kultur derzeit nicht stattfindet. Liebe DOCFEST-Begeisterte, ich bin online, Sie sind online. Jeder weiß, dass dieses Jahr anders ist. Herzlich willkommen zum Ersten Dokumentarfilm at Home. Herzlich willkommen bei DOC-Education. Das ist unser Bildungsprogramm. Das ist unser Bildungsprogramm. Das ist unser Bildungsprogramm.